Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen fünf Tree-Produkte vorstellen, die das Arbeiten auf der Baustelle besonders vereinfachen werden und die Sie vielleicht als Luxon-Partner noch gar nicht kannten. Das Luxon-System ist im Wesentlichen in drei Haupttechnologien unterteilt. Die Luxon-Link-Technologie verbindet Verteilerkomponenten und erweitert somit den Miniserver um zahlreiche Schnittstellen. Die Air-Technologie erweitert das System kabellos um weitere Peripheriegeräte. Und mit der Tree-Technologie kann das System um weitere Feldkomponenten ganz einfach erweitert werden. Mit der Entwicklung der Tree-Technologie haben wir ein klares Ziel verfolgt, den Installationsaufwand in Smart-Homes und Gewerbeobjekten auf ein Minimum zu reduzieren. Die Verkabelung wird einfach von Gerät zu Gerät individuell und flexibel gestaltet. Das Nano-Tool-Relay-Tree ist die ideale Lösung für Schaltaufgaben aller Art. Egal ob Beschattungen, Lichter, Lüfter, Pumpen oder andere Aktorik. Das sehr kompakte Unterputzmodul verfügt über zwei potenzialfreie Relais mit einem gemeinsamen Mittelkontakt sowie einer Stromflusserkennung. Diese Funktion kann für zahlreiche Automatisierungsaufgaben genutzt werden. Beispielsweise wird das Kochfeld Ihrer Kunden eingeschalten, so wird der Stromfluss erkannt und die Abluft kann automatisch erhöht werden. Die beiden Relais sind für eine Schaltspannung von bis zu 250 Volt Wechselstrom und einer maximalen Strombelastung pro Relais von 10 Ampere ausgelegt. Das Nano-Tool-Relay-Tree kann dank seiner kompakten Bauweise einfach und schnell überall verbaut werden. Geht es um digitale Signalverarbeitung, ist das Nano-DI-Tree das perfekte Produkt. Dank der kompakten Bauform können sechs digitale Eingänge mit 24 Volt Gleichspannung auf kleinsten Raum angeschlossen werden. Das Nano-DI-Tree wird ebenfalls über die Tree-Technologie mit dem Miniserver verbunden. Ein sehr praktisches Anwendungsbeispiel, was Ihnen den Alltag erleichtern wird, ist das Anbinden von Fensterkontakten. Die Fensterkontakte eines Raums einfach in eine Unterputzdose ziehen und über den Nano-DI-Tree integrieren. Der Stellantrieb-Tree erleichtert Ihren Arbeitsalltag enorm. Dank der Tree-Technologie sind nur die beiden Adern der Kommunikation sowie der Spannungsversorgung aufzulegen. Früher war pro Stellantrieb eine Datenleitung erforderlich. Mit der Tree-Technologie ist keine Verwechslung der Adern mehr möglich. Obendrein hilft Ihnen die Status-LED, Ventilstellungen sofort vor Ort ablesen zu können. Die Tree-Stellantriebe werden einfach softwareseitig identifiziert und beschriftet. Weitere Produkte, die Ihnen das Arbeiten erleichtern werden, sind die LED-Beleuchtungsprodukte von Luxon. Neben den hervorragenden Lichteigenschaften und der ausgeklügelten 24-Volt-LED-Technologie bieten die Beleuchtungsprodukte von Luxon einen ganz besonderen Vorteil für Sie als Luxon-Partner. Sie müssen sich bei der Installation keine Gedanken mehr über Gruppierungen der Lichtkreise machen. Denn alle Tree-Beleuchtungsprodukte von Luxon lassen sich softwareseitig in Lichtgruppen zusammenfügen. Dieser spart eine Menge Zeit bei der Installation. Ein weiteres Produkt ist das Luxon Tree-Kabel. Es verbindet alle vorher genannten Produkte perfekt, sozusagen ein Kabel für alle Produkte. Die grün-weißen Adern des Tree-Kabels dienen der Kommunikation und die orange-weißen Adern der Spannungsversorgung. Das Besondere ist, dass die Adern für die Spannungsversorgung einmal in 2x0,6 mm für zum Beispiel Bewegungsmelder, Touchs, Nano-Tourley-Tree und so weiter zur Verfügung stehen und zum anderen die beiden dickeren Adern in jeweils 1,5 mm² zur Versorgung der Tree-Beleuchtungsprodukte. Zusätzlich wird das Tree-Kabel in einer praktischen Kartonbox inklusive Meterbeschriftung geliefert. Eine Funktion, die das angenehme Arbeiten auf der Baustelle nun abrundet, ist der vereinheitlichte LED-Blinkzustand der Tree-Produkte. Sie können nämlich anhand des Blinkzustandes direkt bei der Installation erkennen, ob das Gerät richtig verkabelt ist. Schließen Sie das Gerät an und blinkt es orange, so ist die Tree-Verbindung korrekt, das Gerät ist nur noch nicht eingelernt. Blinkt die LED rot, so kann das Gerät keine Verbindung zur Tree-Schnittstelle aufbauen. Die Verkabelung muss überprüft werden. Blinkt die LED grün bzw. ist sie aus, ist das Gerät richtig verkabelt und korrekt in Betrieb genommen. Markieren Sie jetzt ein Tree-Produkt nach der erfolgreichen Inbetriebnahme in der Loxon-Config, so identifiziert sich das Gerät durch schnelles rot-grünes Blinken der LED. Das waren jetzt 5 Tree-Produkte, die Ihnen das Arbeiten auf der Baustelle vereinfachen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.